Haben Sie irgendwelche Wünsche? Ich brauche noch ein paar Kleiderbügel. Und bitte lassen Sie mir dieses Kleid aufbügeln. Gut. Können Sie diesen Fleck vom Kostüm entfernen? Ja, aber das Kostüm muss man in die Reinigung geben. Noch etwas? Ja, wie ist hier die Stromspannung? 220 Volt. Haben Sie irgendwelche Wünsche? Ich brauche noch ein paar Kleiderbügel. Ich brauche noch ein paar Kleiderbügel. Und bitte lassen Sie mir dieses Kleid aufbügeln. Und bitte lassen Sie mir dieses Kleid aufbügeln. Gut. Gut. Können Sie diesen Fleck vom Kostüm entfernen? Können Sie diesen Fleck vom Kostüm entfernen? Ja, aber das Kostüm muss man in die Reinigung geben. Noch etwas? Ja, aber das Kostüm muss man in die Reinigung geben. Noch etwas? Ja. Ja, wie ist hier die Stromspannung? Ja, wie ist hier die Stromspannung? 220 Volt. 220 Volt. coding braucht ihr seltensicht von auftuch. Ja. Ja, ich glaube, es ist quarterfassbar. Ja. Ja, ich bin echt dritten. Ja, ich geb's dir etwas. Leibal Werniger Werniger. Vическая lump. Das ist alles研vell wrists. Ja, ich bin 있다.